Viparita Namaskar Parivrita Ardha Padmasana ist eine Drehübung aus dem halben Lotus. Aus dem halben Lotus heraus gibt die Handflächen zusammen hinter dem Rücken die Fingerspitzen nach oben. Das ist Viparita Namaskar. Und jetzt drehe dich nach rechts, so weit wie du kannst. Diese Stellung wird auch genannt Paschema Namaskara Parivrita Ardha Padmasana. Paschema heißt unter anderem hinten, also das hintere Namaskar. Diese Stellung kultiviert auch die Stärke der drehenden Muskeln, zum Beispiel drehende Bauchmuskeln, drehende Rückenmuskeln, weil du jetzt in die Drehung hineinkommen musst, ohne die Arme zur Hilfe zu nehmen. Du kannst erst zur einen Seite kommen und danach zur anderen Seite. Du hältst die Stellung etwa 10 Atemzüge und nachher kannst du auch noch die Beinstellung wechseln und dann nochmals in jede Richtung dich drehen. Und jetzt nicht mehr. Vielen Dank.